Grüße von der Front! Es herrscht ein erbitterter Krieg zwischen den Eichhörnchen und den Teddys. Aber immerhin hat Conker im letzten Part seinen alten Schulkumpel Rodent wieder getroffen. Wobei ich ihn in den früheren Let's Plays auch mal Bambo genannt habe, weil er mich sehr an einen Schulkollegen meinerseits erinnert. Oder von der Ausbildung. Er sah exakt so aus. Vielleicht mit weniger Fell. Aber... Komm mal mit, Bambo! Oder Rodent. Weiter geht's also in diesem... Ja. Da heulen die Sirenen. Wir haben ihn aber kennengelernt. Sein... Ja, gehen wir da lang. Seine Ausrüstung macht ihn... Seine Ausrüstung ist sehr, sehr sicher. Also ihm kann nichts passieren. Im Gegensatz zu uns. Was war jetzt hiermit genau gemeint? Und wir müssen ihn irgendwie nutzen. So war das. Bombe! Nee, nee. Der Krieg wär nix für mich. Trotz Bomben. Tut mir leid. Tut mir leid. Wie verschwindet er das? Also schießen bringt's nicht. Was mach ich denn da gegen die? Was hab ich noch für Optionen? Weghüpfchen wie ein Irrer. Tatsächlich wär das gar nicht mal undenkbar. Das Weghüpfchen. Könnte reichen. Mann, deine Zigarre hält aber wirklich lang, Concarino. Ja, bei dem nächsten Ding... Bin ich weg. Ich glaube, der muss mir folgen. Wer hat denn da jetzt in meinen Bildschirm geschossen? Die Dinger sind teuer! Ich glaub, das ist der Fehler, dass du nicht mitgekommen bist. Und wenn so'n, so'n, so'n... Spinnenroboter auf einen zustürmt... Dann setzt er sich für uns ein und fängt die Detonation ab. Ich glaub, so war das. Können wir mal ausprobieren. Keine Sorge um ihn. Mit seiner... Nur mal kurz, ich überlege. Mit seiner Ausrüstung. Titan-Laminierung. Laminierung? Kann ihm gar nichts passieren. Ja, er... Er macht's. So, mit nem Schuh draus. Oh, da ist mir irgendein Teilchen noch in den Bildschirm geflogen. Ich mochte die Effekte. Im Bildschirm. Die waren zu Gamecube und Xbox-Zeiten halt wirklich revolutionär. Ich find' die sogar... Die sind ein bisschen ausgestorben, ne? Dass man die Regentropfen die ganze Zeit so... Fast schon penetrant an einem dran hat. Oder? Geht's gar nicht mehr so hart. Äh... Was ist hier jetzt genau der Fall? Context sensitive. Press the beep button. Dann mach ich das doch erstmal. Vom Schlauchboot aus. Oh, da kommt aber... Ich sollte mich beeilen, ne? Ja. Ja. War das. Aber das Türchen ist immerhin auf. Weil ich möchte die ganze Tür auf meine Gegner fallen. Das wäre formidabel. Ah. Hier verstecke ich mich. Hier fülle ich mich safe. Kann ich diesen Raketenwerfer oder was es war nicht einfach hier im Kampf nutzen? Was ist da der Stil? Wobei meine Schokolade noch nicht runter ging. Ich glaube, ich kann das wirklich. Und ich tue es gerade nicht. Ja, ich geb mir halt gerne Handicaps, ne? Aber das dürfte heute dann der letzte weniger interessante Part sein. Ich glaube, danach geht's rund. Ich meine, es ist gut, wenn ihr die Parts auch nice findet. Für mich ist es der schwächste Teil des Spiels. Ich habe schon drauf rumgekaut. Ich habe schon mal drauf rumgekaut. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Aber ich finde den Rest des Spiels einfach besser. Sogar wenn du bei Mistkäfern irgendwie die Kackebällchen rollen musst. Oder du dich anlegst mit recht gelaunten Zahnrädern. Das hat für mich tatsächlich noch mehr geboten. Da ist er doch. Ich denke schon, wo steckt er, ne? Wo steckt er? Wo steckt er? Ich meine, wer wirklich Kriegsspiele spielen will, ist schon wieder gar nicht mehr in. Der Tag ist gekommen, wo Call of Duty nicht mehr in ist. Aber die haben es auch komplett ausgereizt, ne? Also wer Krieg nachspielen wollte, konnte das bei Call of Duty tun. Für jedes Zeitalter, für jeden geschichtlichen Anlass. Kommen wir da jetzt durch? Ach, das geht so. Vielleicht hätte ich einfach durchrennen müssen. Oh, ein Tank? Oh, ein Tank? Now that may be come in handy. Oh, Tank? Oh, ein Tank? Oh, das ist ein Class 22, als auch. Ich habe noch einen von ihnen, als auch. Ich habe noch einen von ihnen, als auch. Ich habe noch einen von ihnen, als auch. Hey, woher geht's? Oh, Class 22? Sweet! 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 Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dass mein Opa als Kind, die hatten einen Panzer in der Scheune, weil irgendeine, ich weiß nicht, US-Army oder die Russen ihren Panzer da abgestellt hatten. Und mein Opa und seine Geschwister sind da reingekrabbelt und haben auch das Rohr nach oben, nach unten gerollt. Gerollt? Gekurbelt. Da haben sie gespielt, ne? Das war die Kindheit von meinem Opa! Irgendwas muss man hiermit nochmal machen. Hups. Ja, Krieg generell, ne? Wünscht sich niemand wirklich eine schlimme, schlimme, schlimme Sache. Soll ich da rein oder wie war das? Aber jetzt geht's! Ich hatte doch eben schon mal drauf gezielt. Und jetzt wieder aussteigen? Ja. Kommt hier so ein kleiner Bereich. Boah! Aber ich kann so Dokus eigentlich mal, nicht so Doku, solche Dokumentationen. Finde ich auch manchmal ganz interessant. Generell sind Dokumentationen ab und zu ganz interessant. so beim Thumbnail machen und so. Da kann's nicht immer nur... Uah! Der krasseste Anime sein. Oder die wildeste Netflix-Serie. Da kann's schon mal ne Doku sein. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. Steigt, ne? Ja, dann red doch noch ne halbe Stunde. Ich hatte zum Beispiel immer, wenn früher in der Schule irgendwie die Rede war, erster, zweiter Weltkrieg, dies, das... Ich hab mich zwar schon interessiert so, aber es war unglaublich trocken vorgetragen. Gut, und wenn ihr jetzt auf YouTube danach sucht, zum Beispiel YouTube, ne? Also wenn, dann sollte es so was richtiges sein. Netflix oder so, ne? Ne Doku. Zum Beispiel, krasses Beispiel, was es sehr gut erklärt, finde ich. Was ich gesehen hatte, sogar komplett, weil ich es einfach, äh, gut aufbereitet fand. Äh, die ganze zweite Weltkriegsgeschichte und... Und mitm Adolf und so. Das war, wie hieß das? Hitlers Kreis des Bösen? Oder Hitlers Zirkel? Das war wunderbar erklärt, wie das, äh, nach dem ersten Weltkrieg weiterging und wie das alles zustande kam von Anfang bis Ende, ne? Also es gab ja auch schon vor 15 Jahren den Film Der Untergang. Und das fand ich auch interessant, aber ich dachte mir nur, es muss doch neben dem Untergang, da gibt's doch noch mehr. Da gibt's nicht nur die letzten Stunden, da muss auch noch... Muss ich hier erstmal so lang gehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das war. Da, da, warum ist doch noch mehr? Was ist mit dem Anfang und der Mitte? Ja? Da konnte man trocken in Schulbüchern nachlesen, ja? Aber so richtig gut, äh, finde ich dargestellt, wenn man sich dafür interessiert natürlich, ne? Man sollte die Augen nicht davor verschließen, ne? Man muss ja aus Fehlern lernen quasi, war jetzt nicht mein Fehler der Zweite Weltkrieg, auch wenn so manch einer jeden Deutschen dafür belangen möchte. Aber... Ach so, warte, ich kann... So war das. Ja, aber das war sehr gut erklärt. Ich glaube, das hieß Hitlers Kreis des Bösen. Wo diese ganzen, äh, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, äh, Göring, Goebbels und... Und was die alle sich gedacht haben und gemacht haben und, äh, wo das alles herrührt, äh... Hast du nicht gesehen? Das, äh, das fand ich wirklich zum ersten Mal so richtig, richtig interessant. Und, äh, da konnte man das auch verstehen. Also, was heißt, verstehen konnte es schon, aber es war richtig interessant. Ups. Weil mir fehlt ein bisschen... Ich kann die einfach rüberfahren, jawoll! Mir fehlt immer so diese, diese vollkommene Erklärung. Nicht nur seine letzten Tage im Bunker und so. Ja, soviel dazu! Mein Uropa geriet an der Ostfront auch in russische Gefangenschaft. Ist dann, glaube ich, in Kiew. Dort. Anhand einer Lungenentzündung. Er hat gestorben in russischer Gefangenschaft. Sein jüngerer Bruder, also mein Uronkel, kehrt zurück. Ohne Beine. Und, äh, ja, den hab ich noch kennengelernt. Er ist 1999 dann verstorben. Der hat erzählt, ne, was abging in Russland. Dass die Soldaten, die hatten zwar Brot, ne, aber es war ja minus Millionen Grad. Minus 100 Grad. Ja, was weiß ich. Die mussten das Holz mit ner... Mit nem Beil hacken. Und da hatten die halt so ein Stück Eisbrot. Ich glaube, ich setze es mal ganz kurz aus. Sind es im Intervalle? Also lieber den Krieg gegen die Teddys, ne? Ganz ehrlich. Ja, und wofür das alles, ne? Es ist halt so albern, was für ein... Was alles zusammenkommen muss. Damit so viel schief läuft in der Menschheitsgeschichte. Ist ja auch der Erste Weltkrieg, weil hier der, der, der in Österreich Prinz... Ich hab die Namen leider nicht drauf. Prinz Ferdinand. Falls nicht, tut's mir leid. Da wurde einer erschossen und nur deswegen gab's den Ersten Weltkrieg. Und den Zweiten. Das heißt, wäre der nicht erschossen worden? Hätte der Mensch, der den nicht erschossen hat, dann hätte es nicht den Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben. Und das wäre eine ganz andere Welt, in der wir jetzt leben würden. Vermutlich hätte es dann irgendwelche anderen Probleme gegeben. Also irgendwo ist der Mensch ja sowieso immer... Weiß nicht. Von Gier und Macht zerfressen. Ja hier, was ist denn jetzt das Ding hier? Also jetzt checke ich das aus. Ich bin aber am Panzer. Den treffe ich aus Gründen, ne? Da ist es auch ein bisschen kaputt. Ich schieße mal weiter drauf. Oder vielleicht habe ich da schon drauf geschossen. Muss ich die Beine alle vier treffen? Das könnte auch sein. Vorsichtig, dass wir hier nicht runterfallen. Ich glaube, das Gelbe musste man treffen, aber... Vielleicht noch irgendwie anders schießen? Oh lol! Du musst in diese Ansicht wechseln. Damit es auch wirklich zählt. Das eine Bein... Warte. Also das wusste ich jetzt nicht mal, dass ich die Ansicht wählen kann. Das würden modernere Spiele vielleicht einblenden, wenn du mit dem Panzer drin bist oder nicht vorankommst. So... Drücke den Stick um... Jetzt wankt er. Drücke den Stick für eine Ego-Perspektive und... Ja... Wie dem auch sei. Ja... Ja... Konkler, das war nicht so schlau. Aber ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Ich... Ich will ja meinen Maul nicht aufreißen. Aber gefühlt... Ja... Vielleicht darf man den hinteren... Vielleicht muss man den... Bamboo... Bamboo... Kannst du das... Vielleicht muss man das hintere Bein als letztes wegschießen. Deswegen ging es nicht. Also ich wusste nur, dass man da lang muss. Schön sieht sie aus. Schön giftgrün. Das können wir doch mal festhalten. Da geht's weiter. Warum hat er nochmal geschossen? Kannst du bitte aufpassen? So, und was haben wir jetzt hier? Wir gucken mal weiter. Sind wir schon hier? Was? Wir sind schon hier! Ja, da gibt's auch keine Ausreden. Schau mal los. Endbauskampf im Kriegsge... Im Kriegsgebiet. Parodie auf... Der Exorzist. Begleitet von U-Booten. So, äh... Liebreizende Puppe. Kleines Mädchen. Ähm, hallo. Es ist die kleine Schwerel. Hallo. Helmut. 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 Es ist die kleine Schwerel. Helmut. 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 Was ist das? Das ist die... Um... Inverse Phase Sonar. Sehr effizient... With... Um... Helmut. Was ist das? Um... In der Schule? Ich habe nie gelernt Dinge wie das in der Schule. Insofern. Was ist das? Es zieht ein Missile. Ich glaube... Ein Teddy Funken U-47... Intercontinental ballistic... Missile. Missile. Ein Missile? Ja. Like... That one. Don't... Don't... Don't you worry little girl. I'll rescue you. Goodie goodie. Her parents are bound to have some cash. Goodie goodie. Ähm... Habe ich was vorweggenommen. Das tut mir leid. Das wollte ich gar nicht sagen. Dann gucken wir doch mal wie genau das hier ablief. Also an diese Höhle erinnere ich mich. Mit Wehmut. Hier ist nix. Ich hatte auf einen Beat Button gehofft. Wir müssen erstmal diese U-Boote wegdönern. Dann mal los. Hauen wir den Schurken auf seine Gurken. Hat's bumm gemacht. Also wir könnten auch hier wieder versuchen... Ah, guck mal. Da hat's geleuchtet. Damit wir auch... Das Jahr auch sehen. Sowas liebe ich. Ähm... Hi, John. Glaub ich sollte hier weg. Also die treffen schon ziemlich zuverlässig. Good Job. Würde ich sagen. So einfach, ne? Dann muss wir einmal schießen. Also manchmal hört sie dieses... Dann äh... Hat er nicht getroffen. Sie jetzt hier die U-Boote weggedönert. Ich hör noch was. Aber woher kommts? Von da hinten? Da sind jetzt echt noch mehr. Schieß nochmal. Wenn das Leben so einfach wäre. Ich bin mir sicher, so schlicht wurden die U-Boote dann doch nicht besiegt. Okay, und wir können nicht mehr. Geh jetzt mal zu ihr zurück. Vielleicht weist sie jetzt weiter. Vielleicht freut die sich jetzt. Nee, die weint bitterlich. Weint bittere Tränen. Gibt's noch weitere Orte? Ja, hier ist noch viel zu tun. Was zum... Ich steh falsch rum. Weil er sich selbst gedreht hat wegen den Bs. Ich muss erst ausweichen. Kommt die nächste? Ohne, dass ich mich wegbewegen kann? Ja. Soll ich das sehen? Eine nach der anderen. Ohne Möglichkeit zur Rettung. Ich kann aber nicht jederzeit schießen. Huah! Ich weiß nicht, wo die hin, äh, hin, hin, hin ballert. Die sehen aus wie die Geschosse vom... Terminator-Heuhaufen. Die Susi. Mein Millimeter. Nimmst du die Susi. Nein, nimm du sie. Ach, der ist despawned in dem Moment. Und Conker macht einen Abflug ins Jenseits. Ja, also ein paar... Also grafisch sieht das Spiel halt wirklich richtig geil aus. Aber man merkt dem Spiel sein Alter an. An diversen Stellen. Komm, wir dürfen jetzt sogar nochmal. Man merkt dem Spiel sein Alter an. Bei so Sachen wie... Leben. Ganz einfaches Lebenssystem. Mit Game-Overs. Die halt ultimativ... Ja, also lange Zeit nicht veraltet waren. Aber inzwischen kann man sagen, man weiß es besser. Inzwischen, ne, so Sachen wie Mario Odyssey oder auch Sonic Colors Ultimate würde im Vergleich zum... Sonic Colors Original drauf verzichten. Ach ja. Aber er konnte noch nicht ballern, ne? So soll's gemacht werden hier. Ein nach dem anderen weghauen. Drei. Will noch ein Vierter? Solange wir die Kanone in der Hand haben... Ja, okay. Er hat sie automatisch weggelegt. Es ist eigentlich einfach. Du musst nur im Rhythmus drin sein. Aber die fangen schon alle zu ballern. Oder eben wie von erklärt, dass die heutzutage viel mehr erklären würden. Von wegen... Gehen die und die Perspektive... Nein! Damals hat man damit gerechnet fest, dass du die Anleitung liest. Wobei ich glaube, das stand nicht mal in der Anleitung. Dass du beim Panzer mit dem Visier... Also es gab wirklich so 16-Bit-Ära. Da war das... War das eine Selbstverständlichkeit. Oh, Schatz. Die Entwickler gingen davon aus, dass du erst mal... Und das stand doch da, ne? Die Anleitung durchgepaukt hast. Fuck, man! Dass du die Anleitung... Das steht ja vorne drin. Bitte lesen Sie zunächst die komplette Spieleanleitung sorgfältig durch, bevor sie mit dem Spielen beginnen. Das stand da. Und das haben die sich halt so gedacht, dass du das Modul noch nicht in deine Konsole klatschst, bevor du nicht alles auswendig weißt aus der Anleitung, ne? Ich mein... Es wird schon welche gegeben haben, die sich dran hielten, aber wir Kids, ne? Natürlich haben wir erst mal das Modul reingehauen. Und zumeist gar nicht irgendwie... Lesen kannst du in der Schule, war der Tenor. Aber viele gingen halt von aus. Mit der Zeit wurde es immer mehr zu Kunst, sag ich mal, und immer schöner eigentlich. Schon im Donkey Kong Country, äh... In der Anleitung waren überall diese Cranky Kong Anmerkungen oder so. Oder die Spieleitung von Pokémon Rot und Blau. Das war so ein Trainerpass oder wie auch immer. Das hatte Stil. Ja, und dann kam das Zeit, Alter, wo es halt komplett einfach weggelassen wurde. Das war dann schade. Wo es hieß, ja, die Anleitung gibt's digital. Ja, und auch deswegen wird heutzutage alles für Spiel erklärt, ne? An der passenden Stelle, wo es gerade nötig ist, blendet ihr das Spiel einfach ein. Ich mein... Das ist fortschrittlich. Aber ich weiß auch nicht, wenn man sich ein Retail-Spiel kauft, das haben die Entwickler gegen einfach mal so ein kleines... Bonus-Gimmick. Aber wenn's nur so ein Zehn-Seiten-Heftchen wäre, wo einfach ein paar Daten stehen oder Charakterprofile. Das fände ich so schön immer noch, dass da wirklich alle komplett drauf verzichten. Und das ist einfach nur eine Kostenfrage. Ja, da kannst du die Collectors Edition kaufen. Wenn du mehr zum Spiel haben willst, ne? Wenn's eine gibt. Das finde ich ein bisschen schade, diese Entwicklung. Aber das haben wir schon öfter mal beredet. Ja, so ist halt das Zeitgeschehen. Außerdem... kaufen halt immer mehr Leute ihre Games halt... online im Shop und hier Games on Demand. Wird sich immer mehr durchsetzen. Ist ja noch einer. Nehme ich einen Treffer an Kauf, hab dafür aber alle U-Boote weg... Da kommt ja noch mehr. Da kommt noch eine Ex... Uh, Two of a Kind. Sehr schön. Gut, lassen wir das Thema. Wollte nur sagen, trotz der Grafik merkt man im Spiel ab und zu sein Alter an. Jetzt! Exorzisten anspielen. Ich bin so... so glücklich. Ich werde meine Mutter und mein Vater wieder sehen. Ja, ja, ja. Okay. Komm raus. Wir versuchen dich raus. Ja, ja, ja. Oh! What the? Oh, Sieghal! Danke! Noooo! Und ich würde sagen, damit machen wir weiter im nächsten Part. Verbinden das mit dem, was danach kommt. Haut rein! Und bis dahin!